Und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem neuen Projekt Einerbach. Ja, ich war gerade bei den Förder, habe ein bisschen geschaut. Ja, es ist frühe Frühling, der dritte Tag, der letzte. Wir haben heute vor, dass wir einen Wagen holen, dann holen wir einen Kunstdinger und dann fahren wir den Geräteträger raus und dann Kunstdingerstrahlen. Das war heute mal der Plan. So. Ja. Weitere Strecken werden wir dann miteinander fahren wahrscheinlich. Das schafft der Geräteträger nicht mehr. So, da haben wir Einer im Hof. In Hof. So. So. Da tue ich noch ab davor, Mann. Oh, jetzt schaue ich auch so. So war jetzt dann gut vor. Also wir müssen als erstes mal ein Büro auszustellen. Jetzt können wir als erstes mal ein Büro auszustellen. Ich glaube, da kommt es in der Schraube noch. Ja. Einmal rauszubringen. Ich werde jetzt bald Vollbildschirm aufnehmen. Aber bis hin muss ich nochmal Google-Konto abschließen. Und das muss alles noch umprogrammiert werden. Aber nächste Woche wird dann Vollbildschirm kommen. Da werde dann sicher mehr Likes kriegen. Ja, ist klar. Das ist eh so. Das ist ziemlich klar. Das ist ein Büro aus. Dann rüchte ich den nehm an. Dann rüchte ich den nehm an. Da rüchte ich den nehm an. Ich habe den nehm an. Dann rüchte ich den nehm an. Komm nehm an, Johnny. Den 16.2. Der ist geschehen. Der... Uuuuhhhhhh Hey der Winzgau Aaaaah die Zauermaschine ist noch nicht angehängt Aaaaah Scheiße Deswegen geht er nicht Aaaaah Jetzt wird der Nebo, der ist der Schnee da Steh Da werden wir dann Da werden wir dann pressen Testen Ich bin nicht Ich hab die erst aubergelandet Ich bin nicht Richtig Test Ich hab die 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 Gibt es dann wieder einen Daumen hoch, wenn ihr noch einen Livestream sehen wollt, sonst feste Daumen hoch nehmen. Wir haben noch mehrere Wagen beim Händler stehen, aber die holen wir noch. Geht du weder. Auch gleich mit der Säule. Auch gleich mit der Ruhe. Immer die Sonntagsfeuerung. Die Spritzen haben wir auch noch nicht angehört. Jetzt ist es immer 36. in der Faria, welchen Wogen nehmen wir, den, was haben wir, einen anderen Wogen, haben Dann haben wir irgendeinen anderen Wagen. So, dann haben wir ein Angebot. Das ist ein Angebot. Nein, nein. Den. Es ist schön, also hängt man den an. Hängt man den. Dann können wir aber den Holz zusammen verkaufen. So machen wir es. Den Holz zusammen können wir verkaufen. So. Jetzt haben wir hier den. Dann können wir hier ruhig fahren. Dann haben wir einen Kornschieber. Kornschieber. Das hinten. Kornschieber lassen wir gleich. Jetzt haben wir so drei Lichter. Ah, Kornschieber, das können wir gleich lassen. Blinken vergessen. Spritzen. Das erste Mal spritzen, weil da ist noch viel gefroren. Also es ist noch gehöder. Da können wir schon mit dem großen fahren. Und dann haben wir schon mit einem kleinen mit Pflegebereifung. Weil dann ist alles schon wieder ein bisschen nässer und aufgebaut. Und dann fährst du alles nieder. Cool, das kannst du da mit dem draufhauen. Aber so wird es jetzt ablaufen. Das erste Mal spritzen werden wir immer mit dem. Das zweite Mal so im Herbst. Das ist dann immer mit dem anderen. So, da ist der Beiber. Von da rein. So, wie viel bin ich los? Das ist ein schöner Dünger. Das ist ein schöner Dünger. Schöner Kunstdinger. So, den Kunstdinger Stara geht. Das kann ich nicht. So. So, jetzt fahren wir einmal. So, voller Wing. Wing. Uh, 266.000 Minuten. Was wollen wir haben? Moina! Oh, für das müssen wir auskommen. Hoffentlich. Und ja. Da kann man noch schnauieren. Ja. Oh. Da hat sie noch immer noch mit dem draufhauen, Ah, die Heller baut es so schlaufen. Ich hab dich an dem. Ich hab dich an dem. Stores Feinne kann man nicht mehr mit dem rauen. Okay, wieder. Hier haben wir auch nicht mehr Vierer. Schleunigstens 4, wieder 1 aufhören. So... Schauen wir mal, warum draht denn so Hummel? So, jetzt ist die Frage... Lassen Sie mal stehen bleiben, dass wir Kunstsingerstrahlern herkennen. So... Schauen wir mal... Aus... vorne... Okay, rum, passt. So... So, dann mal stehen bleiben. Oh, jetzt schauen wir das schon, weil... Jetzt sind Sie nicht zu meckern. So... Aber mit deinem Feld Geräte träge ich aus. So, dann kommt die schon dran. Das ist aber das Herz. So, jetzt machen wir... So, jetzt machen wir... Oh, wenn die Geräteträger dich leiden... Dann kannst du die Schauer machen. Da gefällt mir schon richtig, richtig brav. So... So, jetzt fahren wir schon ein Geräteträger. Ja... Überhaupt die Geräteträger. Die sind... Beim Fan mag ich das alte. So Geräteträger und sowas. Das ist richtig geil. So... Jetzt fahren wir den schon rein. So... Kultschieber haben wir glaube ich... Passt... Da stehen wir rein. So... Jetzt fahren wir den schon rein. Ja... Und... 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 Jetzt fahren wir den schon mal. Dann fahren wir den schweren... So... Dann fahren wir den wunderbar. So... So... ...dann. Dann fahren wir den schweren... So... So... Was ist denn da jetzt los, erst? Jetzt muss ich auch noch ein bisschen machen. Okay. Jetzt muss ich auch noch ein bisschen machen. Also, das ist so drama, wenn ich hier die anderen denkt. Und vielleicht jetzt so... Vielleicht kommt es so noch ein... Ich habe keine Acht. Ich habe keine Achtung. Ich gehe weiter in eine Form. Ich habe keine Achtung. 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 weil er dann mehr Flächen gekriegt hat, weil es ihm da auch noch besser gegangen ist. Also ich denke, das bleibt jetzt und ja. Und dann ist es ganz bloß los. Ja, kann mir jetzt auch nichts machen. Ja. So. Meins nu ikke. Oh, mirjoh. Aber nu ikkender nie. Ja, da haben wir... Da haben wir nicht schon mit anderen. Heute hat der Wolf eine Party. Da schlafen wir dann bei ihm. Ja. Wann wird auf jeden Fall ein Video kommen, wo wir machen. Wann wird auf jeden Fall ein Video kommen, wo wir machen. Ja. Ja. Wann wird zum Schluss so. Zum Video. Ähm... Hier hat man halt ein Finkbauer. Der andere hat ein bisschen weniger gewesen. Der andere. Der andere. Der andere. So. So. Etwas schöner worden. Der Kerat hat. Der andere hat er in den Boden. Ich war nicht sicher. Der andere hat er in den Boden immerhinorte. Ja. Ehm... Den Acker, den Acker, den Acker, das muss ich ja gerade erreicht, da lecker ihn, nein, 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 das soll ich noch einmal passieren. So. Und dann noch eine Helle. Oh nein! Kommt noch ein Blick. Kommt noch ein Blick. Kommt noch ein Blick. Kommt noch ein Blick. Kommt noch ein Blick weiter. So, dann riech. Ein bisschen lang Kugel. Es bau da glaube ich auch mit Mais. Mit ein paar Kartoffeln. Drausen habe ich glaube ich auch mal. Die anderen zwei Kartoffeln. Das müssen wir anbauen. Ich wollte anbauen. Jetzt müssen wir anbauen. Erster Schnitt. Ein bisschen was wahrscheinlich. Und das müssen wir anbauen. Das muss man schnell auf dem Bremsen. Dann machen wir anbauen. Das müssen wir anbauen. Dann machen wir anbauen. Dann machen wir anbauen. Ich bin so richtig, genau. So. Wir gehen in unsere Wagen. So, wir gehen. Wir haben immer noch so, dass wir nicht kennen. Warum? Wir müssen noch einmal herunterladen. Einer hoch ist. Und noch mehr nix mehr. Den wissen wir nicht. Ja, den hat auch schon der Bierbauer angesagt. Den, oder, den anderen, den wir jetzt dort zum Konzert dran haben. So einen Nachbalk. Und wurde jetzt gekocht. Hat geheimt, ja, und schon geheimt, geheimt. Die werden dann im Geräum. Oh, da werden wir noch da oben wollen. Dann müssen wir jetzt hoffen, weil... Aber wir brauchen uns dann auch für die Viecher. Sehr, sehr wichtig. Für die Viecher. Richtig. Ah, jetzt strahlen wir da dann noch. Oh, mit den vorgeschnittenen, wenn du keine Vorwasser drin hast. Das ist immer so gut. Ich hoffe, dass wir den auch noch schaffen. Und den anderen auch noch. Schüsse haben wir ja auch. Wie können wir denn das Auto hier noch mal vergessen. Das ist schon so gut. Ich denke, dass wir noch da oben fahren. Da wird das Auto in deneten aus demeteneten aus demeteneten. Und die sind in deneteneten. Dann wird das Auto in dieseneten. Und man kann so gut gehen. Und dann kann man väl sein. Das geht eh ganz flott mit dem Kunstinger Scharer, auch Füßnimmerdrehen, hofft auch mit dem Scharfen, mit der Strahle auch kulibrieren, hmmm, ein kleiner Käseleid auch mal geschickt, es ist schon wirklich gleich開 Liu, die kommen da, ich fahr kurz nach, oder, ich glaube es bist ein Bars? Ich glaube ich hab das Bars, ich glaube ich, den es war烈, ich glaube ich hab's gesehen, dass ich nicht angenehm habe, ich so gerne hatten, wie es ist, ich finde es schon eine Geräusche, Oh, so. Oh, minkö reitte traiga kentis? Äh, okay. Minkö reitte traiga kentis? Minkö reitte traiga kentis? Minkö reitte traiga kentis? Ja, minkö reitte traiga. Sooo, fertig. Geräte traiga. Ah, der macht sich richtig gut, der Geräte traiga. Der andere, den bin ich jetzt nicht so oft. Den hab ich noch gar nicht raus. Den bin ich noch gar nicht rausgefahren. Ja, der glaube ich, dass ich es nicht mehr rät in der Hände. Den kommt man auskennen und dann. Oh, was denn da ist? Der O irgendwie ist mir noch, aber nur mit der O1. Ich finde es alle ist der gut. Es ist ein Glas mal ein Stück, aber auch mal cool. Ich fahre nur auf den nächsten Aufgangsie. Du magst. Eigentlich kann er Cesar aus. Ja, Dramo. Dramo, 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 Dramo. Dramo, Dramo, Dramo. Dramo, Dramo, Dramo. Dramo, 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 Dramo Das war auch so. Stühleisen war so. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.